In diesem Video schauen wir zusammen an, wie man bei der Rocket Faustino eine Blockierung löst und sie inwendig reinigen tut. Wenn die Mülle klemmt, ist oft etwas zwischen den beiden Malscheiben, das blockiert. Das heisst, das Erste, was wir eigentlich probieren können, ist mal den Abstand von den beiden Malscheiben zu vergrössern und schauen, ob das die Verklemmung löst. Für das drehen wir die Mülle auf grob, mal ein gutes Stück, so vielleicht eine ganze Umdrehung, und schauen, ob wir dann wieder malen können. Wenn es dann wieder gedrüllt, ist die Blockierung vermutlich bereits gelöst und somit müssen wir eigentlich gar nicht mehr weiter etwas aufmachen. Wenn das Problem nicht gelöst hat, müssen wir die Mülle aufmachen und bevor wir das machen, ganz wichtig, zuerst Strom ausschalten und die Mülle ausstecken. Um die Mülle zu öffnen, den Bohnentrichter entfernen und die vier Schrauben oben auf der Abdeckung lösen. Dann könnt ihr die Abdeckung vorsichtig in Schräg in Richtung des Malgradverstellungsknopf ablupfen und rausziehen. Und dann hat man Einblick ins Inneren der Mülle. Wenn die Abdeckung offen ist, ist jetzt oben drauf auf dem oberen Malscheibeträger wieder drei Schrauben. Auch diese wollen wir lösen natürlich. Und dann kann man die obere Malscheibe mit dem Malscheibeträger rausnehmen und hat Einblick zwischen Malscheiben. Einerseits können wir natürlich die Malscheibe mal sorgfältig putzen, unten und oben. Und andererseits sehen wir jetzt wahrscheinlich auch, wenn es irgendein Element drin hat, das vielleicht verklemmt hat. Zum Beispiel eben irgendwie ein Steinchen oder irgendein Bohnensplitter, der sich verzahnt hat. Das kann man jetzt eigentlich gut manuell rausputzen oder entfernen. Wenn wir immer noch keinen Grund für die Verstopfung gesehen haben, gibt es bei der Faustino auch noch die Vorderkammer, da wo das Malpulver eigentlich zentriert wird und ausgeworfen wird. Um diese öffnen und dort mal reinzutragen, noch als letzte Option, gibt es zwei Schrauben bei der Malscheibeträger, gerade hier beim Malgrafverstellerad und auf der Gegenseite. Auch diese können wir entfernen. Wenn die Schrauben entfernt sind, kann man den Deckel vorsichtig drüllen, nach links und ablupfen. Da wirklich aufpassen, nicht schnell arbeiten, weil da hat es ein Kabel drin, dass ihr da nichts ausreissen und nicht mit Kraft oder Würge vorsichtig aufmachen und den Deckel vorsichtig auf die Seite nehmen. Dann seht ihr da drin, seht ihr, ob es irgendeinem Grund etwas verstopft hat da drin. Auch da kann man natürlich mit dem Pinsel ein bisschen rauspinseln und putzen. Aber im Normalfall ist das eigentlich nicht unbedingt Problemquellen. Beim Auswurf seht ihr auch noch in das Loch, wo eigentlich die Verbindung zwischen Malscheibe und Auswurf schafft. In diesem Loch drin hat es ein Träutchen, da bitte ich aufpassen. Wenn man da so reinschaut, sieht man die zwei so Träutchen. Die sind dafür da, zum Kabelpulver auflocken, dass es keine Klümpfe gibt. Dort nicht irgendwie mit etwas im Dreistochern und die Träutchen verbeugen, sondern wenn sorgfältig ein bisschen durchpinseln oder eine allefällige Blockierung dort lösen mit einem Zahnstocher oder so. Dann wieder genau leicht zu machen, wieder leicht abgewickelt die Rülle. Das ist wie so ein Bajonettverschluss. Die Schraube wieder einsetzen und dann ist eigentlich die Kammer dort auch gereinigt. Am Schluss wieder alles zusammensetzen, das heisst die oberen Malscheiben mit dem Malscheibenträger wieder einsetzen, Loch auf Loch, die drei Schrauben wieder anziehen und die Abdeckungsplatte wieder drauf tun, das heisst wieder vorsichtig innen schieben, recht schräg. Und auch hier die Schraube wieder festziehen. Am Schluss ist es zu empfehlen, noch schnell zu suchen, wo der Nullpunkt ist, weil vielleicht eher durch das neue Aufsetzen der Malscheibe oder durch das Umdrehen am Knauf der Malscheibe verstellt, vielleicht sind die Schiebe jetzt nicht mehr genau gleich aufeinander als vorher gewesen sind. Das heisst, am besten muss ich laufen lassen und dann langsam feiner stellen, bis man hört, dass sich die Malscheibe berühren. Dann gibt es ein Clear Geräusch. Also wir lassen sie laufen und gehen feiner, bis es klirrt. Und wenn ich in dem Punkt bin, wo es klirrt, dann weiss ich, dass es der Nullpunkt ist, der feinste Punkt, den man malen kann. Das heisst, ich gehe ein bisschen gröber und da fange ich langsam an, mich an diesen Punkt an zu arbeiten, ich will mit ein bisschen gröber werden, wo ich eigentlich malen will. So einfach ist das und eure Rocket Faustina ist wieder entstopft und gereinigt. Wenn ihr Zubehör braucht, zum Putzen oder zum Pflegen, findet ihr alles bei uns auf der Webseite www.kialoa.ch unter Zubehör. Viel Spass mit eurer Rocket Faustina. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.